Hi, hallo, bonjour, guten Tag, willkommen, 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 willkommen. Winterpause. Vom Schlaferwach tanzen die Feen zwischen Bäumen. Leis klingt ihr Singen im Einbruch der Nacht. Kannst du sie sehen? Sie träumen. Winterpause. Ich bleibe still stehen und lausche den Klang ihr Lieder. Die Winterzeit, sagen sie, wird noch nicht gehen. Die Tage des Frosts kommen wieder. Ihr habt sicherlich verstanden, was für ein Thema wir heute haben. Richtig, das Thema Winter. Und dafür haben wir euch heute ein paar Rätsel vorbereitet. Ich fange an. Die Felder weiß. Auf den Flüssen Eis. Es weht ein kalter Wind. Wann ist das? Sag es mir geschwinkt. Ich denke, es ist Sommer. Im Sommer? Denkst du? Ich glaube, das ist keine richtige Antwort. Ich denke, die Kinder kennen die richtige Antwort. Und ich höre richtig. Richtig, das ist der Winter. Okay, das ist der Winter. Jetzt bin ich dir dran. Meine Hände schließen sich um einen runden Ball. Und denkt nun dabei, friere ich. Was ist das? Ratet mal. Was ist das? Ich denke, das ist ein Luftballon. Denkst du? Nein, ich glaube, das ist keine richtige Antwort. Und die Kinder wissen schon die richtige Antwort. Das ist richtig. Schneeballon. Ah, stimmt. Okay, dann versucht noch einmal. Sie tanzen und können sich drehen. Sie sind in der Luft zu sehen. Die Wärme können sie nicht vertragen. Darum sehen wir sie nur an kalten Tagen. Was ist das? Brauche ich. Ich glaube, das sind Schmetterlinge. Die Kinder kennen die richtige Antwort. Was ist das? Ich höre. Richtig, das sind die Schneeflocken. Genau. Und im nächsten Video werden wir mit euch Schneeflockentanz lernen. Und wir werden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr alle dabei seid. Und wir werden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr alle dabei seid.